Hallo Leute, herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video zusammen mit Hikaru und Mad Productions. Hey yo, BTS, hey yo. Oh mein kleiner. Okay, jetzt. Habt ihr euch schon vorgestellt? Ja. Okay, gut. Ja genau, wir schauen uns jetzt ein typisches Lied an von dem Sänger Enes Batur. Zudem haben wir einmal Ratchet gemacht und hab gesehen, er hat ein neues Lied rausgebracht und hat sehr viele Klicks, 22 Millionen. Und welches schauen wir uns danach an, die türkischen Lieder, die man das auch erleben kann? Danach im nächsten Video gucken wir Hadise und Murat Bas. Ja, also für die türkischen Freunde und Toms, der in der türkischen Arkadaşkler için şimdi de üç tane video bakacağız, Zudem ist Enes Batur, Ayaz. Zudem ist Hadise Olsun. Zudem ist Murat Bosan. Umarın videoyu beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, abita yorum yazın, like atın, takip edin. Evet. Sehr gut Mehmet, hast du echt super gesagt. Hoffentlich verstehst du was Hikabo. I hope so. Mal gucken, was du in der Schule so gelernt hast. Ja, hoffentlich bringt der türkische Unterrichts aus. Ja gut, falls ihr weitere türkische Reaktions sehen wollt auf meinem Kanal, vergesst nicht zu abonnieren auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fahre mal an, Ayaz. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ayaz, also Kälte. Oha, okay. Was ist da? Krieg? Bürgerkrieg? Krass. Du ist gedreht worden. Ich weiß nicht. Wo ist das? Genau. Okay. Was ist da? Krieg? Bürgerkrieg? Krass. Du ist gedreht worden. Ich weiß nicht, wo ist das? Genau. 16. Und ein paar Infos zu Enes Pottel. Er ist eigentlich einer der meistbekanntesten YouTuber in der Türkei. Der bekannteste sogar. Der hat 14 Millionen Abonnenten. Boah. Um den Dreh. Ach krass. Er ist eigentlich YouTuber, aber der hat schon ein, zwei Lieder rausgebracht. Zweites? Zweite oder drittes? Ich glaube drittes müsste das sein, ja. Das Video schon heftig gemacht. Es passt. Was? Du hast es nicht gesehen. Beide. Das ist so die Situation. Das hat ein Schreckel. Er hat sie wahrscheinlich nicht aufgenommen, weiß ich. Er hat sie wahrscheinlich nicht aufgenommen, weiß ich nicht. Wie sie ist. Ja. Ja. Wie sie ist. Ich denke, er hat seine Familie ohne seine Familie gestorben, ist okay. Kennst du? Vielleicht ist er im Krieg und Gang an seine Familie. Oder so. Was macht er? Ach so. Also Fitness hat er nicht vernachlässigt. Ach so heiß? Ja. Vielleicht hat er das Kind adoptiert als Mädchen. Ja. 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 Anscheinend sollte er doch nicht getroffen. Ja. Ja sag ich doch? Seine Familie. Ja. 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 Das war ja sein Sohn, der im Bett lag. Achso. Ja. Ach krass. Wir haben so gerade noch geflasht von einem Video. Oh nein. Auf jeden Fall, nice Video, nicer Song. Also schon berechtigt, wieso es 22 Millionen Klicks hat auf Youtube. Ihr habt es auch in deutschen Trends gesehen gehabt. Platz 1 und so. War echt nice. Ist eure Meinung so? Das ist echt nicht schlecht. Sehr, sehr emotional. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Falls ihr andere Vorschläge habt, könnt ihr sie auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wir haben noch Reaktions zu Alaina Tilki, Kerimcan, Hadisse machen wir jetzt und Murat Bosz machen wir auch gleich. Auf jeden Fall, checkt die auch ab. Arkadaşlar, NS-Botroom-Videos Na baktık. Ondan önce de Alaina Tilki oder Kerimcan-Durmaz'n Videolarına da Reaktionen çekmiştik. Onları da Arkadaşen kanalda bulabilirsiniz. Er wird. Er wird. Teşekkürler. Ja gut, dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Das sieht aus wie Cola. Das ist aber Energy Drink mit Kaffee. Die Konsistenz ist komisch. Wie stellst du dir dein Getränk vor? Ja. Gas für mich. Gas für mich. Zum Einatmen. Zum Einatmen. Möchtest du der Kamera sagen, wie es schmeckt? Ja. Guck. Schreib die Ware mal vor die Kamera. Ein Let's Taste. Mehmet hat es gerade von Lidl probiert und das ist sein Ergebnis. Ja. Kauft euch das nicht. Ja Leute. Ich meine die Aufnahme ist schon angefangen. Ja ich weiß. Ja ich weiß. Ich fühle mich wie so ein Solaren irgendwie. Das Licht ist so auf mich drauf. Ja. Ich hab Urlaub gebucht. Echt? Äh. 10 Meter Gewürztruck. Ich wusste nicht was die kochen soll. Achso. Im Mai gibt's in die Türkei. Im Mai? Ja. Ja. Musst du noch nicht testen und so machen? Na zurückfliegt. Ja ok. Komm. Auf einmal könnt ihr nicht mehr. Dann. Das Gute ist der Veranstalter. Das ist so abgesichert. Wenn man positiv sein sollte. Kümmern die sich. Bezahlen die das an. Dass man noch länger da bleiben kann. Ach krass. Das ist echt gut. Und Flug machen die auch. Ja. Also wär das eigentlich. Ein Längertes Urlaub. Wollen wir jetzt mal nicht mehr. Also. Was heißt denn nicht wollen? Gehen wir raus und müssen. Ja. Ich weiß nicht krank sein darf. Naja. Wenn man es so sieht ist es auch nicht schlimm. Aber. Ja. Aber du kannst halt eigentlich raus. Musst dein Zimmer gar machen. Wahrscheinlich ja. Ich zeige ok. Ist ja schlimm. Obwohl ich hab. Ein Zimmer. Ja. Ich hab cooles. Ich hab so extra einen Balkon mit. Mit Goldfugel. Boah. Nice. Ja. Ich hab gedacht ob ich fremdisch krank werde. Das ist wohl ein Scheiß. Ja. Ich scheiß nicht ob ich irgendwas hab. Ah. Michi. Ha. Ah. Wuh. Oh. Wie viel. Machst du die Zahl? Was ist das? Das darf ich mal probieren lassen. Oder? Doch. Okay. Ich dachte so. Natürlich schwer. Das ist jetzt nicht so teuer. Pro Person. 300. 325. Warte. Warte. Sechs Tage. Ja ist ok. Mit Flug und Hotel. Das ist ok. Alanya. 5 Sterne im Hotel. Das ist voll günstig. Und das ist halt wo es richtig heiß ist. Ja. Ja. Du besachst schon eigentlich für Flug eigentlich 200, 300 Euro. Ja. Das ist voll günstig. Ich wollte... Ein Rückflug oder nein? One-Way-Ticket. Er kommt nicht so zurück. Er bleibt immer da in diesem Hotel drin. Warte. Das ist voll günstig. Nee. Also andere 5-400 Euro waren noch günstig. Aber das Ding ist halt, dass mit Whirlpool und Whirlpool sind es noch 2 Euro geworden sind. Ja normal halt. Aber das war für 300 und Drakuzzi und so weiter. Das ist ja auch ein Geschenk. Das ist echt günstig. Das habe ich gesagt. So werde ich... Also er weiß noch nicht. Ja. Ich würde nur sagen so... Also was ist da anfällst. Corona-Fest muss man jetzt zahlen. Und... Hotel-Transfer. Du kommst da. Macht er das. Ja ok. So werde ich es verstanden. Ja. Ja. Ja wird eh nicht so viel sein. Ok. Komm noch an. Ob das vielleicht... 30 Euro kostet es. Echt? Ok. Ist ja easy. Na ja mal gucken. Vielleicht würde ich bis dahin nicht gerne. Ja. Gar kein Bock so ein Stäbchen in meine Nase anzusehen. Boah. Nichts. Boah. Deswegen würde ich mich auch nicht testen lassen. Mir glaube ich positiv. Ich will kein Stäbchen verwenden. Man kann ja eigentlich schon noch nicht so schnell testen. Ja. Die werden ja auch bald verkauft. Ja. Vielleicht. Hoffentlich erinnert ihr da irgendwas. Ja. Michi ta. Michi ta. Ich würde es einfach nur kaufen und dann testen. Ob ich putzi oder bin. Behalte ich für mich. Ja. Also ohne melden oder wie. Du gehst extra draußen und steckst andere Menschen an. Ja. Melden wir bereit? Ne. Ich würde es schon. Melden. So irrenhaft. Für die Statistik. Für Corona. Für Corona. Für Corona. So. Bis zum nächsten Mal. Aho. À, GO! Vielen Dank.